es kommt in einem Monat kommt ein neuer Killer das wird aber auch ein eigener von dem Spiel sind ja wir sind bereit dann los geht's ich bin der heilige Mächtigen endlich die Rolle die mir zusteht kann mir direkt los oder warte 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 kann los oh hello Wien gib mir was zu essen äh du bist nicht mehr mit mir ohtad nein oh entschuldigung Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jo! So! Okay, wo war die Leiche? Wo war sie? Die Leiche war in Shields. Patrick, ich hab eine Frage an dich. Ja? Warum hast du die Karte des zweiten Tasks gar nicht haben? Haben wir die Tasks nicht? Nein? Nein, wir haben Wires. Nein, wir haben Swipe Card gar nicht. Wir haben Kriegs Wirring. Du standest ziemlich lang darum, dass wir Swipe Card nicht haben. Keine Ahnung, wo wird die Liste denn angezeigt normalerweise? Oben links, wie immer? Aber irgendwo eine Tasksmaß ist ja die Umrandung gelb. Und... Was ist das? Also Manuel ist es nicht, da bin ich immer zu 100% sicher. Der hätte mich in Elektrik nicht richtig rummachen, das hätte keiner bekommen. Simon und Elias sind relativ langsam rumgelaufen, aber... Ja, ich... Die waren immer wieder heil, also... Also ich war halt... Und... Simon hätte mich... Simon hätte auch die Möglichkeit haben, mich eher zwölfältig umzuklatschen, also... Das klingt irgendwie sehr stark nach Patrick. Ey, du könntest die O2-Empel rüberbinden, du könntest ohne Erlaufkönne Töte wieder zurückbinden und dann wäre ich sie nichts gewesen. Achso, ich? Ja? Ich... 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 Moment, ich hab mal grade... grade Frage. Kriegt man nicht nur die eigenen Tasks angezeigt und jeder hat eigene Tasks? Und man sieht die Tasks der anderen Werner? Ja, das ist so, aber... Moment, nicht durcheinander reden, ich versteh euch nicht. Zwei Karten sind eine Task, die entweder alle haben oder keiner. Und da ich sie nicht hatte und überprüft hab, ob ich sie hab... Ja. Okay. Das... Das ist mir nicht bekannt. Commentars haben alle. Was? Was? Moment, Moment. Commentars haben alle. Welche Tasks? Die Commentars. Die Commentars. Da haben wir eine drin. Okay. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Das sind Commentars entweder Fixed Wiring, also das Kabel-Ding oder Swipe-Card. Aha. Das Shields... Das Shields... Ich bin mir nicht sicher. Äh... Shields... Nee. Das ist einfach Visual Task. Also wenn du aufstehst, Fixed Wiring, hast du keinen Swipe-Card. Okay. Da hab ich noch in meinem Leben noch nicht drauf geachtet. Prime Shields, das mit Kometen zerstören, das alles... Äh... Das ohne Mühe rausbringen, ist Visual Tasks uns gerne. Okay. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Naja, Visual Tasken aber aus, also man sieht's nicht, wenn man... Also du kennst doch die Kabel... Die Tasks, wo du die Kabel gemacht hast. Ja, genau. Wenn du diese Task hast, hast du in derselben Runde, dann haben wir nur eine Commentars haben, und nicht zwei Parts. Andersrum, wenn du Swipe-Card hast, mit dieser Mess, dann haben wir nur eine Common Task haben, kannst du dann net Fixed Wiring haben, also wenn du die Kabel haben. Okay. Gilt das auch für... Gilt das auch für andere Tasks? Äh... Ne, das sind nur zwei. Jo. Okay. Und wie ist das mit... Ach, äh... Und das hat die... Hat jeder... Jeder hat immer denselben Common Task, oder was? Ja. Entweder Swipe-Card, oder Fixed Wiring. Okay. Deswegen... Patrick, wenn du... Ähm... Äh... Wenn du ein Poster bist, hast du immer auf links ein Task-Fenster von der Crew, und da steht auch Fake-Tards. Genau. Da muss ich immer drauf den richtigen, äh, Kommentarsklarer sein. Seien es wieder Wiring-Fixer, oder... Ähm... Card-Swiper. Okay. Hab ich in meinem Leben auch noch nicht drauf geachtet. Äh... Also ich hab... Ich wusste, dass es die Fake-Tasks gibt, aber das hab ich noch nie benutzt. Äh... Da muss ich drauf achten. Start ja jetzt. Ja, ich hab's ja. Erbuch gestartet. Ja, hab's nicht, bitte mehr. Äh... Okay, ich bin so weit. Die waren... Das ging schnell. Die war da ganz vorne, wo man das Schiff so steuert. Navigation. Genau. Und ich sag mal so, Patrick ist mir entgegengekommen. Ich bin disconnected, ich bin disconnected. Hab's gesehen. Ja... Patrick ist mir entgegengekommen. Ich kam von unten. Äh... Ja... Und... Ah, das. B. Ich glaub nicht, dass er dreimal hintereinander mörder wird. Also hab ich keine Ahnung, wer es war. Ich steh in Coms und download, so hab ich vieles gemacht. Also... Also... Manu ist auch einmal an mir vorbeigelaufen. Heißt, es könnte auch Manuel sein. Hä? Du bist nach rechts gelaufen. Ne... Doch, du bist nach rechts gelaufen. What the f... Du bist doch einmal nach rechts gelaufen, dann nach runter. Wie? Rechts gelaufen dann runter. Oder? Warst du das? Wo? Wo willst du mich gesehen haben? Du standst einmal AFK. Ganz am Anfang. Also ich hab einfach von meiner... So einfach von meiner... Ja... Und in welche Richtung bist du dann gelaufen? Da stand ich aber nicht. Ich bin zwar nach rechts gelaufen durch Rems, direkt zu Trader runter in Shields. Hab Shields gemacht und dann steh ich in Coms und download. Ja. Und was hindert sich daran, da einfach kurz abzupegen, jemand zu killen und dann wegzulaufen? Ich war's nicht. Ich war nicht in NAV. Also... Meinsachens nach Self Report. Hm... Ernsthaft, du schiebst jetzt auf mich? Ja! Was soll ich machen? Hallo? Patrick, ich bin 100% Felix. Mann, du fliegst raus. Ich weiß. Ich weiß. Warst du es. Ich weiß nicht. Nein, was? What the... Patrick? Patrick? Wie? Was? Ich kann nix dafür, dass das Spiel mich dreimal hintereinander zum Imposter macht. What the hell is going on? What the... Ich kann nix dafür. Diesmal hab ich zumindest auf meine Tasks oben links geachtet und bin dann nicht zur Swipe Card gegangen. Mich hat er zum Glück nicht umgebracht. Ich bin vorher disconnected. Du warst absolut scheiße. The crewmate. Mann, ich war grad zu schön am Rhythmus warten und dann erst wird gebassert und dann direkt flieg ich raus. Das ist am ersten Tag. Ah, bist zu weit. Gott, Manu, mach jetzt. 50 ping, ne, so ne viel. Hab ich auch. Manu, mach jetzt. Ich hab keinen 7500, war wie vorhin. Hehehe. So, jetzt gib mir endlich mal die Rolle, die ich verdiene. Ja. Gib mir den Imposter. Okay, ich bin soweit. Ich mein, du... Aber der Geist ist klar. Esrons« Wacken. Des wedlen, wie sieht işte Sonne aus. Und anderen. Ich muss mich einfach und nicht von mir ausprobieren. Und lassen Sieמעторы vor den Tejunger decken. So ist das? Vielen Dank. Was ein Schock. Im Krankenhaus war der, was der Krankenstation. Okay, das habe ich gesehen. Patrick, was du? Haltstoff, hallo. Und Elias, der war, der kam aus der Richtung, sagen wir es so. Ja, aber es war, also zur Erklärung, Felix ist es auf jeden Fall nicht, den habe ich gesehen, der kam von Weapons in der Richtung, das wäre relativ schwierig. Der war davor in Communications und ich war in Cafeteria und habe oben Fixing Riving gemacht. Deswegen habe ich es auch gesehen, es ist ein Kampfstoff aus der Richtung. Also Patrick ist es definitiv nicht, der hätte schon mal die Möglichkeit gehabt, mich zu töten. Ja, genau, wir haben uns in Navigation getroffen. Was wollt ihr denn jetzt? Ei, wenn Felix sagt, Patrick ist es nicht, ich kann Felix raus, ich weiß das nicht. Ich bin halt genau für Rögerisch. Ja, als würde ich immer so dumm töten, als würde ich es im Krankenhaus und dann, wenn ich wüsste, wenn ich ja weiß, dass Felix in der Richtung, der irgendwo ist, warum sollte ich ja noch genau in der Richtung, ne? Hä? Ich habe gar keinen Sinn. Ich habe auch schon mal, warum du jemand den Tod töten solltest. Genau das ist ja. Nein, ich meine so. Ich bin es nicht. Er kickt mich halt raus, wenn er denkt. Aber ich bin es nicht. Ich habe mich selbst gebotet, also... Also was ist es? Ich habe ja eh keinen Zweck. Oh je, oh je. Manuel? Ja? Du bist nur noch nicht mehr gelaufen, weil ich dich auf ein anderer Bett gesehen. Ja und ich habe nur... Deswegen habe ich dir auch eben gesagt, warum... Oh mein... Oh mein... Oh. No. Ich habe das Glück gehabt, dass ich dich erwähnt, dass ich dich gesehen habe, oder? Starten, 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 starten. Das hat dich übrigens verdächtig gemacht, dass du direkt auf mich gehst, Manuel. So nach dem Motto, hey, er war es dreimal. Man könnte es vielleicht so drehen, dass er es viermal war. Und ich war halt ganz, 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 ganz... Felix musste ich auf jeden Fall... Nee, ich habe Felix erst mal getroffen und habe mir gedacht, okay, der Tod kriegt das nicht. Normalerweise sofort, wenn der mich nämlich nicht sieht, bringt der mich sofort um. Immer. Achso. Ja, der bringt fast immer um. Sobald er mich sieht, bringt der mich immer direkt um. Äh... Okay, kann losgehen. Ich hab dich auf jeden Fall und mir um, dennoch, irgendwie ganz... Ich würde auf jeden Fall fixieren. Oh, was ich... Ich würde mich zeigen. Du bist außerhalb der mich steigen... Ich würde mich schon ran. Woah, were du? Ich würde mich vertreng. Ich war mich dann und ich war schnacken. Was schnacken. Ich habe dich schon und ich sagte, Das war's für heute. 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 Yeah. Das war's für heute. Das war's für heute. Also ich fand das geil. Kann man sich beschweren. Jo, mach Spaß. Ich hab keine Scheiße gelabert. Das war's für heute. Bye. Das war's für heute. 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 Ich hab's gemacht. Ja. Das war's für heute. 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 Ich hab' mal schon gedacht, das macht Sinn, dass du guckst, wo die Leute sind. Dann die Lights. Und dann hast du geguckt, dass ich in der Cafeteria stehe und nicht sehe, wenn du kommst. Ich hab' eigentlich vor April und ich hab' immer an der Kamera gestanden. Hab' Licht ausgeschaltet und hab' nichts so tun. Ja, ich bin's ja nicht. Zumindest hatte ich alle meine Tasks komplett, ich bin stolz auf mich. Ach man, ja, aber das ist ja unfair, wenn die ganze zusammenhören ist, solange ich das schon gerade mal gesagt. Ja, wir hatten nix, beide verdammt viele Tasks. Ich wusste zumindest, dass es im Manuel nicht war, weil wir hatten beide mehrere Gelegenheiten. Ja, das war erst später. Ja, ich weiß. Zuerst habe ich Manuel abgeschlappt, ja, dann bin ich dir mit dem Weg gelatscht, kurz bevor ich die Mord mit kann. Ja, ich muss ja die ganze Zeit nicht, wie ich umbringen soll. Ich wollte eigentlich erst nicht... Ich sag es mit Manuel. Ja, du standst nicht zu schädem Ecke. Vor allem, ich bin dir, habe die ganze Zeit nicht volles Rad gespielt, wenn ich eigentlich die ganze Zeit umgewählt hätte. Ich habe mich gewundert, dass ich mich keine Messine hätte. Ich konnte ja wohl schlecht sagen, ja, ich habe euch gesehen, ich bin gewinnt. Okay, dann los. Okay, dann los. Telefon, 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 Telefon. Telefon, 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 Telefon. Telefon, 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 Tele Weapon-Signal-Gation dann. Ich hab dir vertraut! Ich hab dir was Power gemacht! Ich hab dir gesagt, okay, das machen jetzt wahrscheinlich nicht. Was hast du denn erschlacht? Sehr schön. Erstmal ohne Leiche. Erstmal ohne Leiche. Danke! Warte, ich brauch'n neue Maske. Warte, ich brauch'n neue Maske. Ah stimmt, es gab noch die Mülltüte. Ich brauch'n Neue. Los! Los! Oh, okay! Genau! Ja, ich bin Jason, Alter. Ja, mir fehlt zwar noch die Machete, aber... Nein! Hilfe! Danke! Und ich muss noch ein paar notgeile Zwinges umbringen, dann passt. Ah, okay. Da spielst du auch der Pedalert. Was? 15 irgendwie noch. Wir haben eine Jason-Maske. Ja. Aber warum hat eigentlich jeder Freitag, den 13. Dezember, ein Typ, der ertrunken ist, für die Not-Galatinis in Camp? Es ist ein System, was seit Jahren funktioniert und dieses System ist mittlerweile so alt, dass wir schon ein, zwei Generationen weiter sind und für diejenigen, die jetzt jung sind und das gucken, ist es halt noch neu und spannend. Jo. Kannst losgehen. Ja, ja. Sind wir soweit? Und da, Untertitelung des ZDF, 2020 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 um 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 der einzige von dem ich weiß dass es nicht sein kann Ich war ganz am Anfang in electrical, da ist er dazukommen und ich bin dann halt raus und bin jetzt links der rege aktor und dann habe ich nur gesehen, ich habe nur gesehen, dass er nach rechts ist mein vorschlag wäre jetzt ach quatsch mein vorschlag elias ist wahrscheinlich nett am anfang habe ich in nati gays mit einem gestanden und hätte ziemlich gut die möglichkeit gehabt mit uns bringen, das hat es nicht getan da wäre ich mal nicht so sicher, da wären die bahnwischen immer noch so mit dabei, aber ja, aber ne ich glaube es nicht, dass ich bin was ist denn mit, was ist denn mit, 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 äh, hersteller dann? Simon, wo ist denn, wo bist denn du grad? Nein, ich war ganz am Anfang recht, kam mit Manuel in Navigation zusammen, da hat er wahrscheinlich gerne mit ich habe gemacht, mit dem Raumschiff fliegt, habe ich die runter drunter gemacht und bin dann weg bin dann links runter, kurz shields durch, kurz ich komm in rechts, guck, ob da leicht lag, dann war ich admin also ich war am anfang ja recht auf der Seite, hab da Navigation Zeug gemacht, dann war ich in Cafeteria und hab da noch Blättertask gemacht und dann bin ich runter in admin und hab geguckt und dann wurde kurz danach auf die Leiche gefunden Geht's los? Ok Achso, ja, sorry Oder geht das nur am Anfang vom Spiel? Ja, ja, eigentlich, eigentlich nur am Anfang vom Spiel, weil Dolor, am Blatt, am meisten hat Deutschler, aber da geht's voll los. Ja, ich bin halt gerade schon so beschäftigt, du mohrt, deswegen hab's gut, voll vergessen. Genau. Elias hat's zugegeben, ihr möchtet sich holen. Soviel zum Peber, Elias hat's zugegeben, mach. Soviel zum Peber. Ulaka? Electric. Ich bin für Simon, weil er kam mir zumindest in der Cafeteria von links nach rechts entgegen und könnte theoretisch von electrical dorthin gelaufen sein. Und Manuel ist mir entgegen gekommen oder wir waren am Anfang, haben wir uns gekreuzt und haben uns gegenseitig nett umgebracht. Ja, das gibt dir trotzdem keine ADB, Patrick. Die aber auch nicht. Ich weiß. Ich bin nur rumgelaufen, Simon. Was, was? Ich bin nur rumgelaufen, Simon. Reactor, dann bin ich hoch, äh, nett sein, hab mich gescannt, bin wieder zurück, äh, nicht zurück, bin rüber, hab der Patrick in die Cafeteria gekreuzt und steht's kurz vor Wartenswitter, weil ich wohne an den Autor wollte, um die Blätter machen. Ich sag mal rein von der Zeit her, ich hab oben in Cafeteria Download gemacht, falls ihr mir das glauben wollt, äh, und dann hätte ich die Zeit nicht gehabt, in electrical jemanden umzubringen und dann ganz oben, äh, im Simon über den Weg zu laufen in der Cafeteria. Ja, rein theoretisch hättest du die Zeit, du hättest ja Download vielleicht machen können, keine Ahnung, hättest du aber electrical nach Medbay wenden können, während ich in den Cafeteria gestanden hab und hab dann, und dann dich, äh, Cafeteria machen können. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Wo müssen du hingegangen, nachdem wir uns gekreuzt haben? Was, ich? Wo müssen du hingegangen, nachdem wir uns gekreuzt haben? Ich bin Cafeteria und hab Download gemacht. Und der Simon hat jetzt wahrscheinlich mich gevotet, das Hellstisch liegt jetzt an dir. Entscheide dich richtig. Ja, entscheide dich richtig. Ja, entscheide dich richtig. Ja, entscheide dich richtig. Ja, stimmt, dass er Zeit hatte, unten jemanden umzubringen. Ich wusste, dass ich's nicht bin. Achso, ne, ich bin wieder hoch und ich war wirklich oben und hab Download gemacht in das Cafeteria. Vor allen Dingen, dass Simon sagt, Patrick gewendet. Patrick gewendet mir auch. Das macht voll Sinn. Was macht voll Sinn? Ne, Simon hat gesagt, du wärst gewendet. Du wendest ja auch immer so auf dem Spiel. Ich hab, glaub ich, noch nie gewendet. Ey, das will hin. Ich denn aus? Deswegen musste ich auf den Lachen los. Mach mal los! Äh, Felix spielt grad Marvel's Spider-Man, also... Nein, mach nicht! Okay! Ja? Mein Horn ist nicht sichtbar. So, jetzt, ich will mein Horn sehen. Brauchst du noch? Kann losgehen. Elias, äh, Felix rennt schon weg. Äh... Wow! Manu ist in Navigation, aber ich hab keine Ahnung, wer da war. Patrick kam, glaub ich, gerade aus der Richtung. Ich kam aus der Richtung, ich war unten bei Stils. Ich kam von mir, äh, Cafeteria haben wir uns grad gekreuzt, der kam von unten. Ja. Ja. Das ist richtig. Und Simon kam so von oben irgendwo. Ja. Ich kam von... Wappen, ich hab den ersten Download gemacht. Eine Download, ich kam nach hier, ich hab dann, äh... Ah, das war's in der Verlagerung. Wo liegt die Leiche? In Navigation. In Navigation? Ja, ich bin Elektrik, gell. Ich bin komplett die Ahnung. Ich bin sogar. Aber Patrick, du bist doch grad von nach rechts gekommen. Dann bin ich hochgelaufen. Genau, ich war da... Ich war unten bei Stils und bin dann über die Mitte hochgelaufen. Genau. Genau, da hab ich mich gesucht. Ja, bei dir hab ich ja auch zurückgelaufen. Okay, dann, äh, können eigentlich alle drei sein auch bei mir. Ich bin so nicht konzentrieren. Ich war komplett andere Richtung. Demnach können es alle drei sein. Wer stand jetzt zur Diskussion? Eigentlich keiner. Wenn ich eine wilde Theorie äußern darf, der Simon könnte theoretisch von Navigation nach oben über die Cafeteria gelaufen sein und ist deswegen mir entgegengekommen und hatte auch noch keine Zeit, mich umzubringen, weil der Kill-Counter noch auf Cooldown war. Das könnte sein. Aber Felix könnte es halt auch sein. Ja. Und du theoretisch ja, weil du aus Felix kam. Ich bin direkt nach oben gelegt. 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 Du denkst du, aber er war riesig mit. Ich hab halt auch mit oben gelegt. Muss eigentlich, weil bei mir war er nicht. Ich denke mal, da hat er wahrscheinlich auch irgendwo gelegt. Also Elias ist es, glaube ich, nicht. Naja, ich war... Also ich bin halt in der Saal dreißen. Ich hab keine Ahnung, ich war drauf und hab gar keine. Nach der letzten Runde. Ich hab ein böses Gefühl, dass es eventuell nicht war. Also vielleicht könntest du es auch raus. Du würden es gleich wissen. Ich hätte so ne... Yes. Okay, das war dann die Rache für die Runde vorne dran. Nee, aber Simon hat plötzlich ganz komisch an zu reden. Da dachte ich mir, okay, der labert hoch. Ich hab ja gewählt. Jesus. Ich hab irgendwie downloaden Koffer. Ich wollte downloaden Kaffellerie aber. Ich hatte zweimal die richtige Theorie. Das fand ich... Fand ich schon gut. Warte. Wer kriegt mein Horn? Äh, du. Gibt es nicht einen Jason mit einem Horn? Jason mit einem Horn? Oh, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Kann man das hin, kann man das hin? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Na, na, na. Na, okay. Nächste Lobby. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Jetzt bin ich verschnitten über Imposter. Ich war schon zu lange keiner mehr. Ich war einmal direkt rausgelogen. Ich war dreimal am Anfang, danach nie wieder. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Ich bin's. Perfekt. Kann man. Können mich stehen jetzt raus, wo ich bin's. Kann man. Äh, ja. I think so. Kann man. Warum? Wöhn, du? Ähm, Patrick, seit wann bist du eigentlich bei dir hilfreich? Warum, warum bist du eigentlich bei dir hilfreich? Manu, du bist tot, ist ja leise. Ich hab keinen einzigen gesehen. Jep. Ja, aber warum hast du jetzt Manu umgebracht, von meinen Augen? Weil du ihn umgebracht hast und es mir in die Schuhe schiebst, so wie immer. Ja, hab ich klar. Ja, alles klar. Mal nicht. Okay. Also, es ist Patrick. Oder Elias. Super. Äh, ich drücke einfach. Ich drücke einfach. Ja, das ist jetzt Belastung. Ja, gut, bei denen er stirbt. Das war's mit der Runde. Ach, wir haben echt Glück gehabt. Glückwunsch, halt frissen. Okay, komm weiter. Okay. Okay. Weil du aus dem Raum gerannt bist und Simon umgebracht hast zwei Sekunden vor mir. So genau wie eben. Ich stand gerade eben bei Felix im Admin und hab das auf der Inside gefixt. Das kann ich bestätigen. Okay. Dann war ich's wahrscheinlich. Könnte sein. Könnte sein. Ja, okay. Immerhin eine Runde überlebt, wo es offensichtlich war. Offensichtlich genug. Was eine schwere Geburt, ey. Ich hab noch in der ersten Runde gedacht, verdammt, du darfst den Manuel nicht umbringen. Und dann bist du mir über den Weg gelaufen. Ja, dann bin ich überlebt. Dann hat deine Maus mit deinen Fähren kurz. Einen Moment zu lang über der Kirche. Es ist halt das Dead by Daylight-Syndrom. Du siehst ein Opfer und drückst einfach eine linke Maustaste. Musch halt deine Opfer. Jason, komm mal her. Dann Musch halt deine Opfer. Jason, komm mal her. So, Moment. Laufen wir ganz nach unten? Genau, das ist leichter. Äh? 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 Das ist gleich das Einhorn. Ich krieg... Es ist immer, immer so ein Pixel, wo ich... Wo ich rechts neben dran bin. Mano! Nee. Besser wird's nicht. Ja. T-Bag. 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 Nicht Minecraft. Ey, ich hätte... Wär's Minecraft nicht drangestanden und immer... Und... Simon ist nicht da. Simon ist nicht da. Oh? Oh, scheiße. Simon ist nicht da. Oh, mein. Too late. Großartig. Mit vier Leuten. Egal. Das ist der Mörder einfacher. Uah. Uah. Wir hassen die alle, haben einfach eine Runde ohne dich gestartet. Haben wir gewonnen? Ja. Haben wir gewonnen? Wir hassen dich alle und haben einfach eine Runde ohne dich gestartet. Geht's los? Ja, klar klar. Es tut mir leid, Simon. Ich dachte, du wär' strong. Wir haben nicht drauf geachtet. Entschuldigung. Es war mir schon so klar, als du... Es war halt, die Leiche war rechts und ich musste die letzten zwei verbliebenen einfach nach links bringen. Und dann war es super easy. Einfach nur den Cooldown abwarten. Es war zu leicht. Mit vier Spielern ist es zu leicht. Wie oft warst du heute schon Mörder? Fünfmal. Ich kann nichts dafür. Los jetzt. So, zwei Runden habe ich noch. Um 19 Uhr gibt es Abendessen bei mir. Bei uns kann es auch nicht mehr so lange dauern. Ich dachte, wir sind schon im Topf. Okay, dann schnell abwarten, damit wir das noch schaffen. Der klingt ja geil aus. Ne. So, das darf mich da immer noch einmal umbringen. Ich bin nur einmal umgebracht worden, oder zweimal umgebracht worden heute. Vielleicht bringe ich dich ja auch um, wer weiß. Oh, bitte, ja. Hey, hi. Geht's los? Ja, ja. Ich war gerade ein bisschen dumm. Ja, okay. Alles gut. Okay. Geht's los. Ich weiß, was du hier nicht. Ich vers... Ich vers... Ich vers... ... Das war's für heute. 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 Eine geht noch. Eine geht noch. Was? Das hat noch Patrick. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Patrick, sag mir's so. Ich halte meine Versprechen. Sehr gut. Meistens. Danke. Abfahrt. So, einen haben wir und dann passt es. Okay. Good luck. Jo. Jo. Patrick, die Rolle, die dir zusteht. Okay. Immer. Jetzt los. Boas? Yo. Oh. Du variante. Oh. 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 Das war's. Opa! Oh, es sind sogar zwei. Ne, nur einer. Ne, zwei ist ein Tod. Hä, wo Elias? Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Aber Elias setzt sich tot. Bei der Mörder war es schon so. Ich weiß. Nee. Ähm, Patrick liegt... Richtung Elektrik. Was? Liegt in Storage Richtung Elektrik. Ah! Streck! 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 Äh... So, wo bist du? Äh... Shields. Als mir alle drei in uns zugestanden... Weißt du, ob du ich gemerkt hast? Aber ich hab dann auch in dir drin gestanden und hab den Hebel gezogen. Dann bin ich Hofe Wörthens Asteroideabschieße. Und dann bin ich Brunner und stehe ich gerade in Shields. Felix, du? Ich war in Weapons. Hab dort die Runterladen-Aufgabe gemacht. Bin dann runter zu O2. Hab da diese Müll-Weg-Mach-Aufgabe gemacht. Dann bin ich in Navigation. Hab da diese Raumschiff-Route-Aufgabe gemacht. Dann bin ich weiter nach unten. Hab dort unten diese eine Aufgabe gemacht, wo man... Ich hab vergessen... Ah, genau. Ich hab den Shield hier aktiviert. Und... Dann... Äh... Report. Okay... Das passt mir von der Zeitspanne irgendwie nicht. Du hast viel zu viel in der kurzen Zeit gemacht. Einem Lachen's noch. Wollde ich war doch einfach fleißig um so zu lesen. Guck mal einkreuzen. Vielleicht ist das auch ein eiskalt am放ag. Okay... Geht's noch Felix... Okay... Ein Beispiel in Erbarung bin ich auch Sehn,outerun... Sehn, pareil, bist du zufrieden? Natürlich bin ich zufrieden, auch von dir wurde ich umgebracht, nachdem ich gesagt hab, du darfst noch einmal. Es hat genau gepasst. Alles super, alles super. Er definitiv so toucht mich immer. Sehr cool. Danke, dass ich für einmal behörde, wie die ganze Echnung gebraucht wurde. Cooles Spiel. Die Aufnahme ist leider ein bisschen kleiner, als es sein soll. Ich habe vergessen, das Fenster groß zu ziehen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Noch mal ganz erkennen. Noch eine oder was? Nee, ich würde jetzt gerne Abendessen. Okay, cooles Spiel. Aber wir hatten schöne Runden. Also heute war es echt cool. Man schreckt sich Runden. Meiner Meinung nach. Ich glaube, das bist du ja der Einzelne. Meiner Meinung nach, man schreckt sich Runden. Ja, deiner Meinung nach, habe ich ja gesagt. Ja, weil ich die ganze Zeit gestorben bin, weil mich gewisse Leute immer umbringen, weil sie mich hassen. Das ist jemand, das habe ich nicht behauptet. Aber gedacht. Na, das klappt. So. Ja, ja. Okay, dann. Jawohl. Wir verabschieden uns und hoffen auf einen besseren Therapeuten in der Zukunft. Oder behaupten wir allen. Es wird sehr gut sein. Ja, ja.